Da kannst du alles so bringen. Also ganz hinten, ja. Carazzo, Italien. Ah, ist das schon Italien? Ah, sind wir da nicht durchgekommen? Also wenn ich jetzt gestern... Na, Paletta geht's da hinten. Ah ja. Da ist das Ende vom See, Paletta. Mhm. Nein, ich hab zurückgerufen. Ach so, und dann haben Sie... Dann kam der Ortfried. Ach so. Und sagt, dass Sie angerufen haben. Dann weitererzählt, was Sie für ein Theater hätten. Dass Sie... Die war's? Dass Sie einen Hirnschlag hatten. Mhm. So, was hat Ganze alles so...